Ein herzliches Hallo an alle und willkommen zum Wurzspielsee. Bald ist ja Weihnachten und wie das immer so ist, bei mir zumindest jedes Jahr so, man kennt ja seine Liebsten, seine Familienmitglieder, seine Kumpels, Freunde, was auch immer, aber man überlegt sich ständig, wenn man ihnen was kaufen will, ist das denn das Richtige? Freut er sich denn, wenn ich ihm das kaufe oder nicht oder wie auch immer? Also die werden es auf jeden Fall nicht sagen, von wegen, es ist scheiße, was du hier gekauft hast. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, in diesem Video bauen wir etwas und schenken es denen, weil es gibt einfach Menschen, die schätzen sowas mehr, als wenn man denen jetzt 10.000 Euro gibt, sondern irgendwas Kleines, Selbstgebasteltes, was wirklich vom Herzen kommt. Aus diesem Grund, Leute, bleibt dran, es wird auf jeden Fall ein spannendes Projekt. So, was haben wir denn da? Das Stück. Hier noch. Ja, das sollte passen. So, in meinem schönen Holzlager habe ich nämlich noch ein paar Reste gefunden. Ich habe damals ja dieses Kumiko-Projekt gemacht und ich fand das wirklich genial. Das hat wirklich viel Spaß gemacht und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen für Weihnachten was ganz, ganz Schönes und zwar eine Kumiko-Lampe. Diese Kumiko-Lampe wird jetzt nicht außerordentlich groß sein, muss sie auch nicht. Sie wird auch keine Kerze in sich tragen, sondern so ein LED-Teelicht, was diese Flamme simuliert. Ihr kennt das wahrscheinlich. Das kommt dann da rein. Das ganze Holz war bei mir schon vorgehobelt, weil ich habe ja keinen Hobel. Wenn ihr einen habt, könnt ihr natürlich Bohlen nehmen und die dann zurecht hobeln. Bei mir ist das jetzt hier 8 mm dick, genau das, was ich brauche für meine Kumiko-Streifen. Und das zersägen wir jetzt erstmal in einen kleinen Streifen. Und das zersägen wir jetzt. 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 Vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, was das hier für eine Vorrichtung ist. Die Vorrichtung selbst habe ich in ca. 15 bis 20 Minuten selber zusammengeschustert. Das ist nicht viel. Zwei Bretter hier aneinandergeleimt im 90-Grad-Winkel. Und ihr habt das auch schon gesehen, ich habe das ja hier schon vorgesägt. Ich habe mir ein bestimmtes Rastermaß überlegt. Das habe ich hier mit dem Lineal genau gekennzeichnet und hier reingesägt. Das ist nichts weiter als eine Führung für die Handsäge. Wenn ihr euch überlegt, ich habe hier an die 40 Leisten insgesamt für diese kleine Lampe. Und wie lange würde ich da wohl dran sitzen, wenn ich jetzt jede einzelne Leiste bearbeiten müsste, beziehungsweise kennzeichnen erstmal, wo ich sägen muss, dann sägen. Da sitze ich wahrscheinlich tagelang dran. So kann ich schön acht Stück auf einmal zum Beispiel nehmen oder fünf oder zehn, wie auch immer. Einfach an den Strich ansetzen mit der Säge und dann habe ich schon die Führung dafür und einfach durch da. Auf jeden Fall eine sehr hilfreiche Vorrichtung kann ich euch jedenfalls empfehlen. Wenn ihr das öfter im Kumiko macht, baut euch sowas, das ist ganz, ganz schnell fertig. Ich habe hier noch reichlich Leisten über und die brauchen wir jetzt nämlich. Das Raster ist fertig, aber wir müssen das Ganze noch mit Leben füllen, beziehungsweise mit einem bestimmten Muster und das machen wir jetzt. ... ... ... ... Musik 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 Um solche Formen herzustellen, diese Kumiko Form hier drin, diese heißt Asa no H, das ist die mit am häufigsten verwendete. Bei Kumiko ist es auch nicht sonderlich kompliziert, bei Kumiko gibt es zahlreiche weitere Formen und all diese Formen kriegt ihr mit diesen drei Vorrichtungen hin. Das sind nichts weiter als ein paar Kanthölzer im verschiedenen Winkel gesägt, damit ihr diese verschiedenen Winkel auch hinbekommt, um diese ganzen Stäbchen aneinander zu setzen. Es gibt außerdem Möglichkeiten diese ganzen Stäbchen auch im Winkel zu schleifen. Ich habe jetzt diese Variante, ich finde diese ganz cool, funktioniert super, von daher bleibe ich einfach dabei. Der nächste Schritt ist den Rahmen herzustellen und ich habe mir gedacht, die Kumiko Figur ist an sich aus Ahorn, also aus einem hellen Holz. Also machen wir den Rahmen einfach ein bisschen dunkler, um den ganzen ein bisschen Kontrast zu geben. Und da eignet sich eigentlich ziemlich geil Nussbaum. Sehr dunkles Holz, ich habe hier noch ein paar Reste mit verschiedenen Dicken über, also heißt der nächste Schritt erstmal alles zurecht sägen. amerikanergeistene Streaming Mix Mix Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020